Ja hallo liebe Freunde und es ist mal wieder soweit eine weitere Woche, der Game Update steht mal wieder vor euch bereit und ja, diese Woche gab es nicht viel, deswegen kam auch nicht so viel, weil alle Leute, die sich vielleicht auf meinen Discord gewundert haben, warum ich wenig Game Updates gebracht habe, ja die Woche war ein bisschen ruhig, muss ich sagen. The Null Hypnotize startet mit der ersten Runde, ja aber da ist auch nicht viel, das ist eine 06A Beta eigentlich nur gewesen und in der Beta von The Null Hypnotize, gucke ich mal ganz kurz rein, ist eigentlich nicht viel drin, außer ein paar Bugfixings, mehr nicht, also das ist noch, dieses 06 Beta ist noch nicht mal richtig offiziell released worden, es ist eigentlich mehr so Bugfixing eigentlich mehr betrieben worden, und dann, ja, ein bisschen was reingekommen, aber das ist eigentlich nur eine Beta, also erwartet da noch nicht so viel, sondern das ist nur eine Vorbereitung auf das nächste, was kommen soll, und zwar ich glaube, das geht jetzt weiter mit den Girls, dass da noch ein paar mehr Sachen mit dazu kommen und so. Ah, es ist, es ist wirklich wenig, kann ich sagen, also es ist noch nicht, das ist, wie gesagt, eine ganz frühe Beta noch, also da kommt demnächst was von der Null Hypnotize, ähm, aber warten wir noch ein bisschen, die nächste auf alle Fälle hat ein neues Update rausgebracht, ähm, ja, wir erinnern uns noch an Wishes von Mushi, ne, der hat ja auch sein Game jetzt weitergemacht, der ist jetzt aktuell in der Version 0.9 3, ich hab euch ja gesehen, eigentlich ist das Game ja abgedreht, ihr könnt das eigentlich so auch durchspielen für Windows, Linux, Mac und Android, äh, könnt ihr euch hören auf Patreon oder auf H.I.O., ähm, Thema ist aber, da kommt noch ein bisschen Erweiterung, ein bisschen noch mit dazu mit dieser Wunderlampengeschichte, ihr wisst ja, der Tag wiederholt sich immer wieder und ihr könnt immer wieder einen von den drei Damen durchspielen und, äh, der Dev bringt ja noch ein paar Änderungen noch mit rein, jetzt zum Beispiel hat er wieder reingebracht in der neuen Version, ein New Ending, Available, Blairs Root ist drin, äh, Beatjob Animation, ähm, ja, Reserve, Co-Girl, äh, plus 5000 Wörter und, äh, beim Premium Only Shower Scene. Joa, ne, why not, äh, ich hab ja gesagt, da sind noch ein paar Sachen noch drin, die der Dev noch mit nachbringt, aber man kann das Spiel teilweise ja schon durchspielen. Nächster auf meiner Liste ist auf alle Fälle einer, der mal interessant war, der ich, ja, da hab ich schon mal ein bisschen was wieder gehört, aber noch nicht so viel, ähm, ist ja aus, ist ja ein japanisches Game, also Mango, Studio, ähm, Mango Mango und Studio Ginko, das Ding, Mango Mango kennt, kennt man schon ein bisschen, ähm, ist ein Publisher auf alle Fälle auch, könnt ihr auf der Patreon-Seite von, ähm, Mango Mango, warte mal, ich muss mal gucken, ist das Mango Mango, die die Patreon-Seite aufgeballert haben? Ne, das ist einfach nur, äh, Spooky Milf Live, einfach die Creator sind das einfach nur, aber das sind eigentlich die ersten Japaner, die es eigentlich mal hingekriegt haben, ihren, ähm, ihr Zeug mal auf Patreon mal zu posten. Das ist ja beide unglaublich, ne, das ist über, die ersten, die es mal so, also die ich jetzt so richtig mitgekommen habe, die es mal hingeschissen gekriegt haben, mal die Patreon-Seite mal für sich zu entdecken und nicht immer nur versuchen, auf Steam irgendwas zu veröffentlichen, sondern Mango Mango ist ja, ähm, das ist ja das Studio dahinter, der Publisher, und Studio Ginko ist eigentlich der, der, der Entwickler dahinter, weil Mango Mango hat auf Steam ja auch ein paar Sachen am Laufen, ich guck mal ganz kurz, ähm, ja, steht immer wieder in der Zeit nicht verfügbar, ähm, aber ich weiß, dass von Mango Mango auf alle Fälle, äh, gab es, äh, mehrere Games, die sind so der Publisher für so welche Games, und da aktuell stehen wir jetzt in der 0.65.4, ähm, wie gesagt, guckt mal auf Steam, äh, auf Patreon mal vorbei, ich habe einen Patreon-Link, einen Discord verlinkt, ähm, da geht es jetzt auch weiter mit der Progress Rate, und, ähm, dann von Pizza Girl geht es auch noch weiter, okay, hm, sehr schön, das ist ja dieses Pizza Girl-Ding da, da geht es ja, da war ja einmal gewesen, aber da kommt jetzt noch ein bisschen mehr zu, ich muss mal unbedingt mal wieder in Spooky-Milfs-Saga mal wieder reinschauen, es gibt bei Spooky-Milfs-Saga immer ein bisschen wenig, aber dafür jetzt in letzter Zeit ein bisschen kontinuierlicher, was ich so gesehen habe, ist ja auch ein Freaky-Game, muss ich ganz ehrlich sagen, Spooky-Milfs-Saga, aber das ist so dieser typisch japanische Vibe, wenn ihr versteht, was ich meine, ne, also da geht so typisch japanische ab, kann man sich einfach mal gönnen, mal so gesehen, ist auf alle Fälle mal eine sehenswerte Art und Weise, ist sehr funny, gerade mit den Dungeon-Dingen haben die ganz cool irgendwie hingekriegt, dass man dann unter dem Pizza, also er arbeitet eigentlich als Pizza-Dings und in dem Pizza-Shop ist noch ein Dungeon mit drin, völlig cool, also so typisch wieder mal aus dem Japano-Business herausgezogen, so ein kranker kann auch nur wieder die Japaner an ihn fallen, so, dann haben wir den nächsten auf meiner Liste, das ist sogar Noblesse Obligi, Obligi, ich weiß nicht, Obligi, Obligi, ihr wisst, was ich meine, Noblesse Obligi, von Alvia Studios, der hat jetzt auch wieder ein weiteres Update rausgebracht, ist aktuell in der 0.3.9, könnt ihr euch hören auf Patreon oder auf itch.io, ich gucke mal nochmal nach für itch.io-Lieblinge, wie viel, ich glaube, es müsste free gewesen sein, wenn ich mich nicht recht erinnere, ja, es ist free, könnt ihr euch free herunterladen, ne, braucht ihr also nichts für Löhnen, könnt ihr euch gerne kostenlos angucken, und zwar ist das jetzt das System bei Update, das sei es, das Hot Summer Update, Part 3 Final, ist also fertig, Grand Emity Action, Update Final Part ist definitiv drin, Core Code Update, Version System Upgrade, New Intermination, Intermination Actions, okay, also neue Intimitäten Action, Take Delete, New Images, auf alle Fälle hat er auch noch mit reingemacht, Bug Fix Examinations, and many small adjustments, sehr schön, finde ich eigentlich gar nicht mal so, also jetzt hat er in August seinen 3.8 rausgebracht, jetzt bringt er in September was raus, also jeden Monat kommt was dazu, finde ich gut, finde ich wirklich gut von Alvea Studios, das Game ist Geschmackssachengame, ist klar, aber ihr müsst dem Game ein bisschen mehr Zeit geben, es ist am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, wegen diesem Trainer Part, und ja, sie ist schon der erste Hauptteil, den ihr eigentlich daten sollt, aber es gibt dann noch in der Storyline noch weitere Girls, die ihr noch daten könnt, und ich glaube, das Spiel hat wie gesagt so, ja, wir müssen den Spiel, das ist noch ein rohes Ei, es ist krass so schön am Kochen, jetzt müssen wir noch gucken, ob es den Härte-Reife-Grad auf unsere Geschmacksebene erwischt, oder eben halt nicht, aber ich glaube, das Spiel wird irgendwie noch ziemlich gut, ich habe das Gefühl, das macht das ziemlich geil, wenn der da erstmal ein bisschen mit dabei ist, ich meine, wir haben jetzt aktuell wirklich gerade die 0.3.9, also da ist noch ein bisschen, sehr viel Luft nach oben, aber ich glaube, das könnte gut werden, ich weiß nicht warum, aber als ich das damals gespielt habe, hat es mir sehr gut gefallen, er bringt zwar auch so einige Sachen aus AI-basierten Dingern so ein bisschen mit rein, aber auch seinen eigenen Sensor-Stil, dann müssen wir mal gucken, wie er das nachher vermischt, versteht ihr, wie ich das meine, ob er dann nachher diese AI-Dinger einfach nur so erstmal als Screenshot, also als Dingses nur nimmt, dass erstmal so Placeholders da sind, das kann man ja gerne benutzen, ist ja kein Problem, und er kann ja auch seinen eigenen Art-Style reinbringen, das hat man ja schon gesehen, wenn er da die Skirla gemacht hat, das ja bei euch mit eingezogen ist, also eigentlich die Mate, dass er einen sehr guten Art-Style hinlegen kann, jetzt muss man mal gucken, leider für viele werden sie es leider finden, ist das ganze ADH-Scenes ja nicht animiert, trotzdem aber sehr interessant gemacht, meiner Meinung nach, also hm, es ist wie gesagt noch das rohe Ei, also wir müssen gucken, was für ein Härtegrad doch später nachher erreichen wird, aber aktuell finde ich Nobles Obligé nicht schlecht, also muss ich ganz ehrlich sagen, nächster Punkt ist da auch, ach ja, da ist er auch wieder, ne, da ist er wieder, der Lusty Buccaneers von Nika, der ist wieder da, der kloppt mal weiterhin ab, der ist schön fleißig raus, und ich bin noch nicht so weit gekommen, das zu spielen, ich habe mir gerade mal von Rogers Game mal reingepfiffen, da bin ich jetzt aktuell so ein bisschen weit gekommen, der hat auch eine ganze Menge neue Girls da reingepfiffert, und ich muss mir jetzt mal von Nika nochmal das ganze Game nochmal angucken, und ich habe das Gefühl, dass sie sich doch trennen, gerade was die Girls angeht, trennen sie sich dann nachher, sie haben zwar ein paar gleiche Girls drin, aber, also die Standards Nami und Co. sind natürlich mit drin, aber ich glaube nachher werden die beiden sich verschiedene Girls erstmal zum Ansporn nehmen, und das erstmal so durchsetzen, beide, also ich habe das Gefühl, beides ist so ein bisschen auf AI basierte Games, also beide haben AI Girlies drin, jetzt muss man nur gucken, also man kann sie beide spielen, das ist nicht das Problem, jeder wird so sein Favorite haben, der eine spielt gerne Lost in Bunkerniers von Nika, der andere spielt gerne Naughty Rogers von Pirates, der nächste wird sagen, ich spiele einfach beide, why not, ist ja noch nicht strafbar, beide zu spielen, und ich habe aber das Gefühl, also Nika holt ganz schön gewaltig auch auf, das merkt man ihnen auch ganz schön an dabei, wie gesagt, aktuell ist die Version 0.12, könnt ihr euch für wenige Systeme Windows, Linux, Mac und Android gerne auch auf H.I.O. oder auf Patreon von Nika holen, ist kostenlos, um mal rund zu laden, wir gucken mal in seine Change Logs nochmal rein, damit ich weiß, was da aktuell drin ist, siehste, es ist wieder ein neuer Charakter drin, Boba Marie, das war doch schon mal, Boba Marie Gold, Barracuda, ähm, hatte ich das nicht schon mal vorgelesen, 0.12, habe ich mich jetzt gerade, habe ich mir aus Versehen, denselben wieder herausgezogen, das kann mal passieren, dass er ja ab und zu mal da drin hatte, kommt mir aber so bekannt vor, Boba Marie Gold, war die schon mal drin, ich schaue mal in 0.11 rein, ich dachte, die war auch in der 0.11 schon drin, ja, hat der da etwas, hat der da etwas reingeballert, was nicht ganz stimmte, oder hat er sich da aus Versehen, äh, einfach mal selber anspielen, würde ich sagen, er hat beide Posts aus Versehen gleichgestaltet, hm, einfach mal reingucken, einfach mal reinschauen, würde ich sagen, ähm, SanDeepVault69 ist der letzte schon auf meiner Liste, und da war es das auch schon, es ist, es ist wirklich diese Woche sehr, sehr wenig gekommen, auch in DeepVault69 muss ich mal irgendwann wieder reinspielen, weil von, äh, Boho, oh Gott, ey, dieser Name, Boho, Honun, Boho, nee, Boho, Honun, so, boah, was war eigentlich, Boho Hon, so, von Boho Hon, ähm, ist das DeepVault69 ja auch, wird es weiterhin geupdatet, das ist jetzt aktuell schon in seiner 0.4.0 Version angekommen, und es hat eine ganze Menge zu bieten, muss ich ganz ehrlich sagen, holen könnt ihr das auf H.I.O. oder auf Patreon, kostenlos, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich schaue auch gleich nach, nee, es ist sogar aktuell die 0.43, hä, äh, heutzutage bin ich auf, also, die 0.47 ist für Patreon-Mitglieder, ja, der, der Post ist ein bisschen älter, 0.47 ist für Patreon-Mitglieder, und die 0.43 ist für euch aktuell zugänglich, ich hoffe, jetzt die Change-Logs stimmen, ich gucke mal rein, äh, ja, die Change-Logs stimmen zum Glück, oh mein Gott, ey, äh, immer diese Arbeiterei hier, also, ähm, und zwar aktuell sind die Change-Logs noch 0.43, äh, Becky's Quest has been completed, updated, also das ist jetzt komplett durch, äh, edit the scene for Asua Quest, Asuka Quest, ähm, edit random Quest in the open world with, äh, Bucket, ähm, edit an Animation-Scene, ähm, for an alternate, äh, alternate Charakter, äh, in the Bank Quest, oh, Kirk, jo, ähm, the world map has been updated, äh, now it's beautiful, beautiful, and I've claimed down, ja, die world map gemacht, das ist gut, ähm, the camp location has, äh, the camp location in the open world has been updated, sehr schön, ähm, the scene with Marilyn in Capture One has been updated, äh, fix a set of bugs, a large set of, äh, new box has been added, okay, äh, ähm, äh, so, was ist denn das, also er geht so ungefähr, von 15 bis 20 Minuten of the Quest content has been added drinne, also er hat ungefähr so 15 bis 20 Minuten drinne, und all, ähm, was ist denn das, Resident plus Patreons has been added, also das ist der Tier bei Patreon mit drinne, ja, ja, ihr liebe Freunde, und dann war's das auch schon, schau noch mal nach, ob gerade einer noch irgendwo reingeflogen ist, ich schau mal, nö, nö, also wie gesagt, das war's, mehr kann ich leider diese Woche auch nicht vorlesen, weil eben halt leider diese Woche ein bisschen wenig gekommen ist, ja, es ist ja mal so eine Woche, und manchmal gibt's so eine Zeit, da haben die Leute einfach geradezu viel zu tun, oder sonst was alles, und können leider nicht updaten, oder es kommen, sie sitzen gerade in einem Update drinne, und es dauert länger, ja, deswegen kann ich euch nur sagen, Update Woche durch, heute gab's 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 Updates, kann auch mal sein in der Woche, guckt auf alle Fälle auch mal in meinen, ähm, neuen, äh, in meinen, in meinen Discord, in meine neue Hubrik rein, da zeige ich euch einfach, äh, stelle ich einfach, was haltet ihr davon, da bringe ich ab und zu mal randommäßig irgendwelche Games, die ich mal gefunden habe, die ich mal gesehen habe, die vielleicht noch auf meiner Platte liegen, oder ich auf alle Fälle darauf mal informiert worden bin, und da wollte ich gerne mal eure Meinung zuhören, vielleicht kennen ja einige von euch schon die Games, vielleicht sind ein paar interessante dabei, vielleicht auch was für euch dabei, schaut auf alle Fälle mal rein, da schmeiße ich randommäßig einfach mal irgendwelche Games einfach mal rein, die ihr mal angucken könnt, und, ja, auf diesen Wege wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, und bis zum nächsten Mal.